UNTERTITELUNG Cooler Keller. Ihr könnt hier unten machen, was ihr wollt, aber niemand geht nach oben. Das ist so krass. Willkommen bei Ma. Mit wem warst du unterwegs? Mit ein paar Leuten aus der Schule. Du hast ne liebe Mama, ha? Hi Schatz, ich möchte jemanden vorstellen. Was? Alles Liebe, Ma? Ihr wisst, wo die Party abgeht. Woher hat sie unsere Nummern? Ich hab's dir gesagt, alle sind hier. Wir dürfen da nicht raus. Was zum Teufel? Sieh mal. Maggie. Ich spüre, wie mich diese großen Rehaugen beobachten. Wieso verbringt mein Sohn Zeit in deinem Haus? Manche Leute gehören einfach dazu. Ausziehen. Was du mir angetan hast, vergesse ich nie. Wieso tun sie das? Was ist das für ein Gefühl, der Außenseiter zu sein? Und nie dazu zu gehören? So viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Du bist du Fan auf. 2. Dén. 3. 1. 1.